Hi Leute und herzlich willkommen zu Part 13 der Runaway Teen Challenge. Ja, Effi muss jetzt mal langsam aufstehen, es ist schon halb elf Uhr morgens und du möchtest gärtnern? Das ist jetzt aber leider nicht mehr möglich, denn die Pflanzen sind inaktiv geworden, weil es nur, weil es zehn Grad sind, aber eben in vier Tagen der Winter anfängt und Snowflake hat etwas Besonderes gefunden, das heißt, sie hat hier einen von drei Dinosaurierknochen gefunden, das ist super cool, du kannst leider nicht auf das Bett hinaufspringen, Snowflake, allerdings kannst du das bald tun. So, dann habe ich Effi gesagt, sie soll erstmal essen und ein Metall einschmelzen lassen, das Wolfram Carbid, das sie bekommen hat und das Snowflake gefunden hat. Und was machst du hier jetzt? Du willst von außen in das Fenster schauen. Wie sieht das denn aus? Ah, warum lag das jetzt gerade so? Meine Güte, okay, man sieht nichts, das Fenster ist zu niedrig. Dann geh doch einfach mal nochmal, oh, ja, du kannst mal, du kannst mal da so ein bisschen fressen. Ja, Effi, was machst du hier? Du spülst das ab. Das wäre gut, wenn du das genau perfekt machen könntest, bevor Snowflake da ans Fressen geht. Und ja, dann gehst du jetzt halt nicht fressen, was? Ich würde sagen, Snowflake, du gehst hier dich hinlegen, am besten so, dass Effi da auch noch rauskommt, Snowflake. Bitte jetzt. Dann geh halt einfach hier hin. Hallo? Oh, Sims, ey. Meine Güte, kannst du jetzt dann da endlich mal raus und das Wolframkarbid einschmelzen? Effi, du sollst dich nämlich noch ganz ein bisschen um deinen Hund kümmern. Das wäre sehr freundlich, wenn du hier sie bürsten könntest und mit ihr Tauziehen spielst oder apportieren wäre auch mal süß, aber da haben sie auf dem Grundstück keinen Platz. Dann habt Spaß und dann, ja, für Abenteuer lustig zu sein brauchen, wie sie jetzt nicht loben oder ausschimpfen. Das passt schon so. Dann umarme sie und gebe ihr einen Schmatzer und ich denke mal, wir könnten ihr vielleicht auch mal einen Trick beibringen. Aber, ich glaube, das mache ich noch nicht jetzt, sondern das mache ich erst dann, wenn sie ihr kleines Häuschen hat, also ihr anderes Häuschen da, was ich ganz gerne ja die nächsten Parts kaufen würde, denn dann könnte sie ja vielleicht auch ein Kind bekommen und Spaziergänge mit Ziel könnten wir eigentlich auch mal machen, aber diese Spaziergänge in Sims 3 sind echt öde, also da passiert nicht viel. Das finde ich sehr schade, weil die in Sims 4 sind viel, 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 viel besser gemacht und ich finde es natürlich auch richtig cool, wenn man einen sportlichen Sim hat, dass man dann mit dem Hund auch joggen gehen kann. Das ist einfach unglaublich toll. Du könntest der Snowflake mal noch ein Leckerchen geben und dann würde ich sagen, gehen wir mal an den Strand, ans Meer, um ein paar Fische zu angeln, aber davor schauen wir mal noch an den Schrottplatz und ob hier wieder was Neues gespawnt hat an Möbeln zum Bergen. Nur ein Stuhl, das ist jetzt nicht so das, was wir dringend bräuchten. Hier sind einzelne Schrottteile. Ne, da gehen wir doch lieber mal ans Meer, um hier angeln zu gehen. Der Strand war hier. Es leckt gerade leider ein wenig, aber wir werden hier den Shell Beach besuchen und du hast schon... Achso, ich dachte gerade, du hast schon wieder super schlechte Zerstörung, aber... Ist das jetzt mit dem... mit dem... mit Stufe 8 dazugekommen? Das will ich mal kurz sehen hier. Nee, das ist... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, gehst du hier ausbuddeln und... Das ist ja cool. Das ist mega toll. Das ist natürlich extremst praktisch. Da helfen dann natürlich... Das hilft uns wahnsinnig, noch schneller an die 18.000 Simoleons zu kommen für das kleine Häuschen, das hier das war. Das wollte ich ja ganz gerne kaufen für Effie und Snowflake. Das kostet 18.800 Simoleons. Da brauchen wir noch... Ah, um Süßes oder Saures bitten könnten wir auch, aber das brauchen wir jetzt nicht zwingend zu tun. So, was sind das denn hier für süße Hüttchen? Die sind ja niedlich. Das muss ich mir mal ansehen. Oh, hier sind sogar... Uh... Betten und hier... Da kannst du gleich mal eben in so ein Einzelklo gehen. Hier ist sogar... Hier ist sogar eine Kaffeemaschine. Und Colleen Jones. Bist du wahrscheinlich eine junge Erwachsene? Da schauen wir mal geschwind. Status persönlich. Junge Erwachsene natürlich, klar. Das ist natürlich schade, aber hier wäre auch ein Kühlschrank. Da können wir nachher noch snacken, ein bisschen was. Und hier können wir auch was machen. Grillen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal schauen, was hier so kreucht und fleucht im Wasser. Erritze, Goldfisch, roter Hering, Kröte. Kröte? Das ist jetzt aber nicht wirklich Meeresgefisch, was hier rumschwimmt. Dann schauen wir mal hier. Sardelle, Qualle, roter Hering, Thunfisch. Dann gehen wir doch lieber hier angeln. Ich glaube, die sind ein bisschen mehr wert. Ja, angeln. Willst du die Fähigkeit verbessern? Das können wir natürlich machen. Und zwar... Ne, lasse ich das einfach so. Du bist hier immer noch auf dem Weg. Snowflake. Wie geht's dir so? Du rennst hier diesen kleinen Pfad runter. Uh, ja. Der Leg ist real. Boah, das ist aber gerade heftig. Das ist aber ein süßes Bild hier von der kleinen Snowflake, die durch die Landschaft rennt. Oh, wie süß. Da muss ich kurz ein Foto machen, weil das einfach so goldig ist. Snowflake ist so ein süßer Hund. Da, ähm, ja. Oh nein, jetzt ist sie weg. Ja. Gut, dann werde ich ihr trotzdem mal hier folgen. Jetzt ist es nicht mehr ganz so laggy. Das ist besser. Jetzt ist es wieder laggy. Ich habe immer das Gefühl, wenn ein neues Grundstück laden muss, dann laggt es aber richtig heftig. Und ja, was können wir dann hier noch? Hier könnte sie noch ausbuddeln. Und hier dann auch. Dann hat sie ihren Tag sozusagen so richtig produktiv. Ähm, ich frage mich, ob sie beim Ausbuddeln auch Zerstörung dazu bekommt. Also, ob das dann besser wird. Das muss ich mal... Ah, diese Dinger hier. Das ist ein Loch zum Buddeln. Wird dann die Zerstörung besser? Weil das wäre ja eigentlich logisch. Es geht zumindest mal nicht zurück. Okay. Nee, das ist doof. Das ist natürlich sehr doof. gestochen werden. Sind da Mücken oder wie? Snowflake hat einen Edelstein gefunden. Was denn für einen? Einen Regenbogenstein. Der ist wieder super viel Simoleons wert. Da würde ich sagen, gehen wir dann mit Effie demnächst dann wieder zum Elixierladen. Vielleicht im nächsten Part. Ich glaube, den schaffe ich nicht aufzunehmen. sind hier Mücken. Ich sehe jetzt gerade keine Mücken, deshalb bin ich ein bisschen verunsichert hier. Was ist das? Soll mit dem gestochen werden? Oh, was ist das denn hier für ein Hund? Ach, das ist Snowflake. Ah, das ist Snowflake von Weitem. Da sieht sie dünn aus. Das ist sehr schade, dass die Hunde, die dickes Fell haben, von Weitem, genauso wie mit den Katzen, ist das. Beißt hier irgendwie nichts an? Oder will einfach wohl nicht? So, was hast du denn noch gefunden? Oh, einen zweiten Teil von Dinosaurier-Skelett. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn die sieht ja cool aus, die Insel. Konnte man da hin? Da kommt man sogar hin. Das habe ich gar nicht gesehen. Sind das hier? Das wäre natürlich ein cooles Haus. Aber das ist natürlich viel zu teuer. Und hier war doch auch noch irgendwas. Oder ist das nur ein Stein gewesen? Ja, okay, der sah nur aus wie so ein Haus. Und hier ist sogar ein Tauchgrundstück. Effi hat zum ersten Mal einen Fisch der Gattung Sardelle gefangen. So, wo rennst du jetzt hin? Hier hin. Das war doch... Hä? Waren hier nicht die Ausgrabungsstellen? Ah ja, okay, die werden einfach nur nicht angezeigt. Na gut. Hier wächst auch noch ein Pilz und viele Wildblumen. Okay, und hier ist auch noch so ein Stein. Du hast gefunden einen gelben Saphir. Schön, schön. Snowflake, du bist so unglaublich wertvoll. Das ist echt gut, dass wir uns die dazu... dass wir uns hier unser Dings vergrößert haben. Warum wird das jetzt nicht mehr angezeigt, diese Edelsteine? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. und wir haben wieder 366 Simoleons bekommen für den ganzen Edelsteinstaub und das Bienenwachs und Snowflake hat einen weiteren Edelstein gefunden, einen pinken Diamanten. Okay, damit haben wir echt unsere gesamten Geldprobleme gelöst, glaube ich. Es wäre natürlich jetzt noch ziemlich cool, wenn es hier so ein Tiersalon gäbe in Sims. Das wäre eigentlich ziemlich schön. Aber ich glaube, das gibt es nicht. Deshalb würde ich sagen, machen wir uns jetzt mit Snowflake hier auf den Weg nach Hause. Denn du hast auch Hunger, sehe ich gerade. Dann kannst du hier nämlich mal unbedingt aus dem Napf fressen. Aber ich glaube, den werde ich ganz schnell umstellen. Ja, und wie ihr es bemerkt habt, ich habe es auch schon im Lebensfreude Let's Play erwähnt, dass ich eine Lichtmod installiert habe und dadurch ist die Welt ein bisschen dunkler, also in der Nacht, aber sie ist nicht mehr so blaustichig und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, das wollte ich eigentlich nur kurz erwähnen und ich werde hier, du darfst jetzt aus dem Napf fressen, dann müsste das ja eigentlich kein Problem sein, weil hier steht dann Snowflake und da können sie alle durchgehen und dann ist hier nichts mehr im Weg. Das wäre optimal und du bist hier immer noch am Angeln, dir wird langsam kalt und du möchtest den Köder für eine Sardelle herausfinden und eine Sardelle ins Aquarium stecken. Das müssen wir jetzt nicht, aber ich würde sagen, du gehst noch angeln, bis du hier deine Angelfähigkeit verbessert hast und das werde ich ganz schnell schneller machen. Wäre ganz schön, wenn du noch mal einen Fisch fangen könntest, Effi. Weil du hast nur einen Fisch gefangen. Das ist extremst wenig. Okay, dann wirst du jetzt wohl gestochen hier. Ja, Mücken. So ein Mist aber auch. So, und du Züchterin von Robo-Kreaturen, das werden wir natürlich nicht annehmen. Wer bist du? Stopp, 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 rennt nicht so schnell weg, Sims. Macy Lou Manson. Okay, du bist wahrscheinlich auch eine Erwachsene. Nee, du könntest auch eine Teenagerin. Oh nein, sie ist eine Teenagerin. Allerdings können wir sie jetzt nicht begrüßen, weil sie wohl nach Hause rennt. Ähm, ja, wie geht's dir hier? Gut, wir könnten uns eigentlich auch hier einen Snack gönnen. Du gehst mal nicht nach Hause. Warum geht das nicht? Warum können wir hier nicht essen? Ähm, dann wärme dich mal hier geschwind auf und, ja, ähm, erfreue dich an der Wärme. Und, ja, warum können jetzt können wir hier essen? Perfekt. Dann isst du hier mal eine Dosensuppe. Uh, das Waschbecken sieht ja cool aus. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass es so ein schickes Waschbecken hier gibt. Und du müsstest jetzt langsam, ah, du bist schon wieder daheim. Wer bist du hier? Du bist Roger Galligan. Ach, den hatten wir schon mal gesehen, glaube ich. Ich switche hier wieder zurück zu Effi und nach dem Essen gehst du vielleicht einfach nochmal geschwind das Badezimmer besuchen. Einfach nur provisorisch. Und, ja, ich würde mal sagen, ich versuche mal heute mit Effi ein bisschen früher ins Bett zu gehen, weil sonst war das immer super, super spät. Und das ist dann natürlich doof. Ja, hier drin ist es jetzt leider noch dunkel. Ich werde mal die Lichter einfach einschalten. Alle Lichter. Dann sieht das besser aus. Und du bist hier jetzt fertig mit Fressen, hast den Napf leer gefressen. Dann kannst du mal hier den Napf füllen, Effi. Und, ah ja, dann werde ich hier ganz schnell die ganzen Sachen hinzufügen zu Effis Inventar, die ganzen Edelsteine und so weiter. Und dann hast du super viele Äpfel. Die könnten wir dann auch noch verkaufen. Dann würde ich sagen, geht's jetzt heim und nee, Quatsch, ich fahre nicht mit heim. Wir fahren noch nicht heim, wir gehen gleich die Edelsteine schleifen und verkaufen. Das war hier. Ah, dann wird's wahrscheinlich wieder später, aber ich werde mal die Bienenstöcke jetzt nicht ernten lassen, denn das wäre dann doch zu viel. Hier ist ein Riesenmückenschwarm. Ja, das habe ich im letzten Part schon beobachtet, dass man den auch hört. So, was ist hier? Das ist alles schon inaktiv, das heißt, wir können das nicht mehr ernten. Wir könnten höchstens hier nochmal angeln versuchen. Schauen wir mal, was hier so wächst, meinte ich nicht. Was hier so im Angebot ist. Ach ja, ich wollte hier immer noch Musik hinzufügen, aber das habe ich bis jetzt immer noch vergessen und deshalb ist das jetzt auch egal eigentlich. Und ich würde sagen, wir könnten auch mal schauen, dass wir einen Bienenstock auf das neue Grundstück dann bekommen. Also, dass wir da einen Bienenstock hinzukaufen für Effi, denn perfektes Bienenwachs gibt super, super viel Geld im Kommissionslager und dann werden wir jetzt hier den Regenbogenstein mit zum Birnenschliff schleifen, den gelben Saphir auch und den pinken Diamanten gibt es den auch mit Herzschliff? Ne, können wir noch nicht, das ist richtig doof, da würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen mit den zu schleifen und jetzt gibt es hier wieder das große Aufgerege wegen dieses schrecklich lauten Geräuschs beim Schleifen des Edelsteins und dann hast du hier jetzt einen Birnenschliff und ich werde das wieder rausschneiden, den Verkauf von dem ganzen Kram, so können wir jetzt vielleicht immer noch nur Birnenschliff, das ist doof, dann schaue ich mal, ob das danach geht und ich würde sagen, danach geht es dann für Effi auch nach Hause, dann kann sie noch mal Snowflake bürsten, weil die stinkt schon wieder und ja, die beschäftigt sich hier so ein bisschen mit sich selbst und ich würde sagen, schauen wir mal jetzt, ob wir jetzt, ne, dann werden wir den pinken Diamant auch mit Birnenschliff schleifen und dann verkaufen ein pinker Diamant, das ist echt so viel Kohle, ja und dann werden wir hier verkaufen, oh, Macy Lou, die werden wir natürlich erst begrüßen und zwar werden wir sie freundschaftlich begrüßen und das war's dann auch schon, würde ich sagen, einfach nur, dass wir sie in den Kontakten haben, wir können ja dann mit ihr telefonieren, du bist ebenfalls eine Teenagerin und hier leckt es und das ist ätzend, oh nein was ist das jetzt? Bedeutet das Einbruch? Bei Effie gibt's doch gar nichts zu klauen vielleicht sollten wir ganz schnell bevor hier irgendwas ähm das Techtelmechteljum möchte ich gerne, dass das in ihr Inventar geht ansonsten ja, wird wahrscheinlich dann der Fernseher geklaut, vielleicht kann ja Snowflake hier das Haus bewachen das wäre natürlich cool hier kannst du bewachen geht das so Immobilie nee abschließen nee das ist jetzt natürlich sehr sehr doof dann würde ich sagen schaust du mal hier, dass du das Objekt hier bewachst oder kannst du Befehlen zu bewachen Snowflake da muss sie wahrscheinlich erst nach Hause gehen deshalb ja werde ich jetzt gleich die Sachen verkaufen und dann geht's auch für Effie nach Hause ähm ich werde den Verkauf rausschneiden aber ja ich bleib jetzt mal noch hier weil ich wissen will wo der Dieb herkommt ich sehe hier draußen nichts weil es halt so dunkel ist weil hier keine Beleuchtung an der Straße ist und das ist sehr ungünstig ja jetzt sind wir dann gleich ich dachte die Hunde können auch das Haus bewachen deshalb bin ich jetzt ein bisschen verwirrt oder ah ok das werde ich jetzt rausschneiden wir sehen uns gleich wieder wenn das kommissionieren abgeschlossen ist so jetzt bin ich natürlich gespannt ähm kann Effie Snowflake anweisen das Haus zu bewachen oh Mist das geht jetzt natürlich dann nicht mehr das ist zu spät dafür glaube ich da ist sie nicht schnell genug daheim da kann man nur hoffen dass ähm dass den Futternapf bewachen zu zu zählt zum ähm damit sie dann auch das Haus bewacht ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher wann kommt denn hier der Dieb der Dieb muss gefasst werden beeil dich Effie oh da sind die Blätter runtergefallen hallo passiert da jetzt gleich mal was vielleicht schaffen wir es ja doch noch rechtzeitig den ah jetzt kommt sie scheiße das reicht nicht mehr kannst du kannst du sie bitte angreifen bewachen mach was snowflake folgen mach das mal kannst du vielleicht hier aggressiv sein nein nein du gehst hoch oh shit ey jetzt klaust du die kommode oder was seriously oh nee kannst du nicht aggressiv reagieren mach was snowflake dafür bist du da um uns vor Dieben zu schützen toll wir wurden ausgeraubt super und du gehst jetzt schlafen naja hallo kannst du mal nach hause gehen was machst du meine güte effi jetzt ist schon wieder null uhr und du hast wieder ewig lang gebraucht um nach hause zu kommen hier na super so dann wirst du als erstes mal hier wenn du nach hause kommst den napf füllen und dann würde ich sagen gehst du gleich schlafen und ja ich werde jetzt den Part hier beenden das war natürlich nicht so toll dass du ausgeraubt wurdest allerdings haben wir zum Glück die ganzen edelsteine verkauft das heißt wir können die kommode locker wieder kaufen und werden dann wahrscheinlich immer noch genug geld haben bis das in ein paar tagen verkauft ist gekauft ist das haus nein bis die edelsteine verkauft sind werden wir dann auf jeden fall genug geld haben so das wollte ich sagen und ja ich werde jetzt ein Part hier beenden ich hoffe er hat euch gefallen und ja wir sehen uns in einem neuen video tschüss